So. Bitte bitte über die Uhrzeit einblenden. Dänemark im Sommer. Um 8 Uhr morgens. Der Hafenmeister war da. Nichts, 8 Uhr. 7 Uhr 49. Achso, meine Uhr geht falsch. Findet auch den Ding hier. So, wir zwei. Kannst du wahrscheinlich gar nicht sehen, weil wir kein Weinwinkel. Bernd. Ah. Nachtgekleidet. Sehr schön. Eigentlich war der Sommer immer so. Begeistert. Gott sei denn haben wir Sommer.